Wir haben Herr und Frau Österreicher nach dem Erfindergeist befragt, also ob sie bereits eine Idee für eine Erfindung hatten. 23 Prozent der Österreicher hatten schon irgendwann einen Einfall für eine Erfindung oder eine Verbesserung, von deren Sinnhaftigkeit sie überzeugt waren. 77 Prozent noch nicht. Projiziert auf die Gesamtheit der Bevölkerung entsprechen die geheimen Erfinder einer beachtlichen Zahl von rund 1,5 Millionen Menschen. Auch wenn man annimmt, dass das Groß der Einfälle letztlich nicht brauchbar oder nicht realisierbar ist, sind die nützlichen Impulse aus der Bevölkerung nicht zu unterschätzen. Die zuletzt ermittelten Werte haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Ergebnis einer von ihmers bereits 25 Jahre zuvor gleichlautend durchgeführten Umfrage. Damals erstreckte sich der Kreis der Innovatoren auf 22 Prozent der Erwachsenen. Die Vermutung dreht sich auf, dass Österreich ein kreatives Potenzial von konstanter Größe vorhanden ist, das von sich aus Ideen entwickelt. Bei näherer Betrachtung fallen vor allem zwei soziodemografische Breaks auf. Erstens überwiegt die Zahl der Männer im Verhältnis 32 zu 15 gegenüber den Frauen und auch das Bildungsniveau ist für Erfindertum entscheidend. In überdurchschnittlicher Zahl befinden sich darunter ansonsten Maturanten und Akademiker, also im Verhältnis 33 zu 14 zu den Pflichtschulabsolventen. Deutlich vergrößert von 32 Prozent auf 40 Prozent hat sich seit 1984 der Prozentsatz der geheimen Erfinder, also die den Versuch unternahmen, ihre Idee auch umzusetzen. Insgesamt haben also 40 Prozent derjenigen, die schon mal einen Einfall oder eine Idee hatten, versucht, diese auch umzusetzen. Kontaktiert wurden zumeist einschlägige Firmen, deren Angebotspalette eine Nähe zur Produktidee aufwies. Weitaus seltener waren Versuche, den Einfall über das Patentamt oder die Wirtschaftskammer zu verwirklichen und am seltensten wandte man sich an eine Universität, eine Behörde oder an ein Medium. Zusammenfassend kann gesagt werden, es ist offenkundig, dass in Österreich ein großer der produzierten Einfälle unentdeckt bleibt und versickert, weil sie nicht adressiert, nicht geprüft und auch nicht diskutiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Seitwenden